Leute, Roblox übergreift ein bisschen komplett. Also, keine Ahnung, egal, aber weil ich, also, keine Ahnung, weil ich, ich war ganz normal in Klingenball, dann bin ich halt gestorben. Dann habe ich geschrieben, ich habe Bambus-WLAN. Ein paar Minuten später werde ich einfach gebannt. Jetzt bin ich wieder entbannt. Aber warum denn? Ist Bambus anderer Begriff oder was? Was heißt Bambus? Kann mich das jemand mal sagen? Ah, jetzt bin ich runtergefallen. Aber kann mich mal jemand sagen, was Bambus ist? Also, ich weiß, was Bambus ist, aber warum sollte man dafür gebannt werden? Warum? Jetzt bin ich schon wieder runtergefallen. So, wir beruhigen uns. Aber jetzt ernsthaft, was heißt denn Bambus? Oder WLAN? Warum wurde ich gebannt? Und dann stand da auch noch, ähm, ich habe, ähm, Dings da, hä? Und dann stand da noch, ich habe gespammt. Was habe ich gespammt? Komm, sag mir, was habe ich gespammt? Hä? Wo soll ich jetzt hoch? Wie geht's weiter? Darauf? Aber ich habe nicht gespammt. Ich habe, und außerdem, Bambus ist auch nicht ein schlimmer Begriff. Auch Bambus-WLAN ist kein schlimmer Begriff. Also, und ich war auch wütend, wo von ein paar Spielern, ähm, Dings da, weggeworfen wurde, die Items. Meins wurde nicht entfernt. Hi, hi, hi. Aber bei, ich wollte nur ansprechen, dass ich, ähm, dass ich kurz gebannt wurde, weil ich Bambus-WLAN geschrieben habe. Och, ich wollte nur ansprechen, dass ich hier seit einer Zeit alles habe. Und das ist ein kleiner Begriff. Ich habe es eineneras Ich habe es mir gerade gemacht. Ich weiß nicht. Ich habe es mir gerade schön. Vielen Dank.